Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Medium und wir bestimmen uns jetzt im New York Link Bums Center hier wollte ich gerade sagen und der mysteriöse Anruf hat ja gesagt wir sollen hier hinkommen. Das machen wir jetzt auch. Ein cooles Motorrad lassen wir stehen und unsere Aufgabe steht daran da rein zu kommen. Wir werden wahrscheinlich nicht einfach so reinkommen. Nee, das ist nur ein Schloss. Meine Fähigkeit kann ich hier nicht einsetzen. So, ich habe ein bisschen an der Helligkeit gedreht, weil mir jetzt doch echt zu dunkel war beim anderen. Ich hoffe es ist besser. Ich hoffe ihr könnt es verschmerzen, dass das erste Video ein bisschen dunkel war. Aber ihr könntet ja theoretisch einfach nur die Helligkeit bei euch ein bisschen hoch, denn dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Aber jetzt ist es besser, weil ich wollte bloß die Stimmung nicht ganz wegnehmen, aber das war ja wesentlich zu dunkel. Also so ist es schon besser. Was ist das denn hier? Postkarten des Hausmeisters Nia Fotos. Liebe Grüße aus Nia, du würdest es dir lieben, Schatz. Es gibt eine tolle Kindertagesstätte und einen kostenlosen Mahlkurs. Hier sind viele Familien und das Hotel ist riesig. Das habe ich noch nie gesehen. Ich wünsche du wärst hier. Ich vermisse dich. F Punkt. Okay, das sind Sachen die wir uns angucken können. Joa, aber mehr ist hier nicht drin, ne? Gut. Was denn? Hallo? Da schlägt da jemand. Thomas? Wo ist das? Hallo? Da schlägt da immer noch. Okay, den kriegen wir wohl nicht so schnell eingeholt. Kommen wir hier irgendeinen anderen Weg rein? Wieso kann ich nicht laufen? Also das nervt. Aber ich glaube, man kann hier rüber. Es blinkt ja nämlich gerade eben schon. Da kann man doch garantiert. Genau. So, und dann auf. Wollt ihr mich raus, Neva? Und hier ist okay. So. 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 Wie viel! Okay. Jetzt geht's. L-T umzulaufen. Und wir verarschen? Und dann wurde eine urbane Legende geboren. Der Neva Massaker. Die Details waren immer komisch. So sahen Arbeiten, die Ängste Kurser. Das ist, du weißt, das übliche. Oh. Was ist das? Drücke und halte LB um Einblick zu anzusehen. Hallo. Geh mal. Was? Und da ist noch nichts, wenn ich irgendwas übersehen. Ursprung, ja. Okay. Ich werde nur weiterhin mit gespulen. Ah, schon ein bisschen gruselig. Oh. Was ist das? T plus K. 1968. Was ist das? Was ist auch irgendwas da oben? Ist das ein Handabdruck oder ist das? Oh. 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 Oh, oh. Oh. Ich weiß es ja nicht, da geht es nicht rein, aber da, das ist ein Türchen! Guck mal, da sind die Spuren, die da reingehen. Was steht denn da? Warnung aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine wurden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen Untersuchung ausgesetzt. Gehen wir trotzdem mal rein. Da waren bestimmt nur Dinosaurier und Knochen. Nichts Schlimmes. Ist dir das vorgefallen? Wo weiß sie das? Bisschen Lara Croft mäßig krabbelt sie hier durch? Können wir noch kurz ein Auge aufspießen an so einem Gestänge da, ne? Noch nicht so cool. Au. Schmerzen. Okay, dann bin ich jetzt in der zweiten Welt. Oh, da bin ich. Oh, da bin ich. Wenn ein Platz eine Geschichte zu erzählen hätte, dann wäre ich glaube ich da, um zu hören. Jetzt sind sie echt abgefahren, dass man gleichzeitig sich steuert hier. Das ist wirklich, da muss man sich daran gewöhnen. Und man guckt natürlich, ich guck natürlich jetzt erstmal nach rechts, ne? Aber... Das ist cool gemacht, muss man sagen. Ich glaube, damit könnten sie die 60 Frames auch nicht halten, glaube ich. Einfach weil es zu aufhören, das beide zu rendern. Geht. Ah, guck mal. Und wenn ich... Und wenn ich drüben gehe... Da kann ich A drücken. Da kann ich auch nichts machen. Konzentriere dich auf die Geisterwelt. Okay, ihr seht, hier kann ich gerade nichts machen. Wollen wir hier ruhig gehen? Ne. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier irgendwas... man dann drüben in der Welt irgendwas machen muss, damit sich das hier ändert. Aber anscheinend tut sich das nicht. Dann können wir auch hier nochmal links gehen. Jetzt mal hier rein, bevor wir da vorne weiter gehen. Ob es hier noch irgendwas gibt. Alter, ist das abgespaced. Hinten ist doch was. Das Ort fühlt sich alt und in Misere. Figuren, ich glaube. Schönen Schönen. Oh, mein Gott. Ja. Als ich die Energie absorben habe, habe ich gefragt, wer es war, der es hinterlässt. Ein sterbender Soldier, der den Namen seiner Lieblingsbericht besitzt hat? Oder vielleicht einfach glücklich, dass es mit diesem Welt ist. Viel mehr konnte ich da jetzt nicht machen, aber vielleicht reicht es schon, dass ich etwas aufgenommen habe. Mein Arm ist ja schon so ein bisschen leuchtender jetzt, ne? Vielleicht kann ich damit ja das Ding da aktivieren gleich. Mal gucken. Alter, dieses Joypad, das vibriert einfach ohne Ende. So, kann man laufen hier? Ja, okay. In jedem Fall, ich habe gedacht, ich könnte es nutzen. Ich drücke RT und meine Geistflügel zum Laden, lasse los und noch eins setzen. Oh, also, das hat funktioniert. Gut für dich, Marianne. Diese Power von mir, so viel Schmerz in den Arten wie sie waren, sie kamen manchmal in Hande. Aber ich denke mal, die wird wahrscheinlich elektronisch verschlossen gewesen sein vorher. Jetzt geht sie mit ihr rechts in die Geisterwelt und links. Okay. Heieiei. Das ist schon irgendwie lustig gemacht, oder? Also normal, man kennt das von Spielen ja, dass man zwischen den beiden Parallelwelten hin und her springt. Aber dann ist es ja meistens, dass man sich immer nur in einer Welt befindet und nicht, dass man synchron ist. Also da war ich. Existend in zwei Welten, aber nie wirklich in einer. Das war schon cool gemacht. Ist die da? Uh, okay. Sie läuft wirklich ein bisschen assi. Na, die Joggerin. Das sind die Jogger, die man immer hinter den Job immer schreit. Links! Links! Damit die ausweichen. Das sind die Joggerin. Okay, hier. Gucken wir mal. Können wir irgendwie Spuren sehen hier? Da waren die Kinderspuren wieder oder nicht? Da sind die doch lange noch. Erstmal hier längs. Das ist schon... Alter! Kammerperspektive. Sehr viel. Aber ist schon sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Da bin ich schon ein bisschen reingezogen so. Gut gemacht. Und? Rücken. Wo landen wir, ist die Frage. Nie wahr. Was ist das, älteren? Hotel ist das. Wir waren nie in der Welt. Hei, 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 hei. Sieht mal schön aus. Was in der Hölle bist du, Neva? Die Aura in diesem Ort. Ich habe andere wie es gesehen. Aber nie so. Intens. Es war wie ein Landfill in Erinnerungen. Emotionen. Und niemand von ihnen ist gut. Oh, das klingt so gut, oder? Das ist ein Telefon. Vielleicht rufe ich immer zu Hause an und sage, wo ich bin. Dringe weiter im Resort vor. Ich bin lange in das Hotel. Das klingt wirklich, war doch klar. Warum nicht? LB und BW um das Echo zu finden. Achso. Ah da. Das ist das Echo. Boah! Ich bin hier. Nein, es ist definitiv etwas. Fertig mir. Du hast den richtigen Telefon zu senden. Ja. Es ist nur ein Zeitpunkt. Okay. Das ist auch ein Problem. Selbst die Objekte hier hatten Auras. Als ich sie觸gte, ich konnte sie fühlen, ihre Geschichte. Worte. Imagen. Gefühle. Die Gefühle. Sie kann schon viel. Ich meine direkt durch den Vordereingang kommen wahrscheinlich nicht rein. Behaupte ich mal. So ein Kettchen vor, oder? Hallo? Ist jemand da drin? Locked. Obviamente. Es muss noch einen anderen Weg sein. Richtig spannend. Ich muss euch sagen, wenn ihr... Also eigentlich müsste man... Muss man sich einfach nur... Ich meine, es gibt natürlich... Also dieser Game... Worauf will ich überhaupt hinaus? Dieser Game Pass, der lohnt sich einfach. Also ich meine, du bezahlst da echt nur diese... Also ich hab's jetzt... Kommt auch an, wo du mal eins immer holt. Man kriegt's ja relativ günstig. 10, 12 Euro im Monat, wenn überhaupt. Einige, aber auch nur für 6 Euro im Monat. Und man hat einfach mega Spiele. Und so welche Spiele wie die hier, die erscheinen einfach mal direkt im Game Pass, ne? Also es ist ein nagelneuer Spiel. Und das scheint einfach mal hier drin. Ich kann's echt nur empfehlen. Ich mach ja wenig Werbung für sowas, aber das hier... Da kann man nichts anderes sagen, als wie genial das ist. Einwerbung Sommer 96. Der erste Sekretär der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, Genosse Wladyslaw Gulmka, ehrte Krakau und nahm an einer offiziellen Einwerbung der Sniva Resort, dem neuen sozialistischen Freizeiterholungszentrum teil. Die Arbeiterklasse Kleinpolens hat endlich einen Ort, an dem sie die Zeit mit ihrer Familie im Schoß der Natur verbringen kann. Das Hauptgebäude und der Unterkunftsbereich sind komfortabel und doch so einfach wie die sozialistische Idee und Philosophie. Besonderer Dank gilt dem Architekten, dem künftigen Manager und engagierten Partei-Mitglied, Mr. Rekowicz, ohne den der Entwurf und Bau des Niva Resorts nicht denkbar wäre. Gut. So. Hier sind aber Kreidepfeile. Seht ihr das? Auf dem Boden? Das heißt, wir müssen in die Richtung gehen. Noch mehr Kreidepfeile. Hier haben wir Parkplätze auch. Nur so nebenbei. Ja. Obwohl wir auf jeden Fall haben, Game Pass. Alter, kauft euch das. Ich glaube, die haben auch immer mehr Abonnenten gerade. Und wenn man überlegt, dass die bis... Oh, hier. Dass die PC da gekauft haben. Ein alter Timer? Jetzt, was ist eine feine Maschine wie du, in einem Ort wie dieser? Ne? Ich kann mir fast vorstellen, dass die teilweise echt so Spiele wie, ähh... Skyrim... Also, beziehungsweise... Ähm... Aber es ist gute Arbeit, ehrliche Arbeit. Mr. Rekovic sagte, er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal, versprochen. F. Ich glaube, du versorst es trotzdem. Ups, ist das der Kickstar? Okay, das ist der Kofferraum. Wie beim Porsche. Wie beim alten Käfer früher, war er auch vorne. Beim Porsche ja auch. Warte mal auf. Ah, endlich eine Waffe. Na, weiß ich nicht. Mal schrauben es erstmal. Das könnte in Hand kommen. Au, aber Sch***. Was für den Schrohboschlag? Lauf mal weiter. Gibt es noch irgendwas, wo wir kommen können? Nee. Komisch. Aber können wir mit dem Schraubenzieher das Schloss machen? Doch garantiert nicht, oder? Alter. Das sind so diese lost places, ne? Wo man sich die ganzen... Influencer immer fotografieren lassen. Oh, hier, guck mal, ich bin in Lost Place. Ich will Fotos machen. Naja. Wir probieren es trotzdem mal, mit dem Schraubenzieher da rum zu fuchteln. Weil ich mach das ja was. Fuchtelarmy, los. Okay, geht gar nicht. Halt, komm mit deiner Seite vorbei. Nee. Okay, gehen wir erstmal hier weiter. Vielleicht finden wir einen anderen Eingang noch. Hier ist hier nochmal ein Schmetterling. Ach, guck mal hier. Aha. Der will Schraubendreher. Weser, öffne dich. So begann der große Dumpsterheist 1999. Kann ich rausschieben? Warum kann ich jetzt rausschieben? Ja. Ich bin angefangen, mit deinem Schraubendreher zu füllen, Neva. Du... besser wäre es wert. Ich kann es euch gerade ausschieben. Ich könnte auch links oder rechts drehen. Kann ich aber... Oh, ach, so das Fenster da oben ist. Das habe ich gleich gesehen vorher. Fenster da oben ist kaputt. Dann kann ich ja wahrscheinlich da oben rein. Obwohl, warte mal, lass mal reingehen hier. Das ist ja noch irgendwas, was wir brauchen können. Äh, nop. Hier ist nix. Mal mal lieber nachgucken, ne? Mal lieber hier rauf. Guck mal. Da können wir rein. Schneid die bloß nicht mit mir runterhüpfst. Das sind ganz schön scharfe Splitter. Nur mal so den Ball. Wegen irgendeinem Telefonanrufe eierst du da hin. Das ist schon krass. Das ist ne krasse Tante. Und hoppeli hopp. So, damals sind wir im Hotel gelandet. Und müssen nach Thomas suchen. Das machen wir auch. Und zwar bei der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. F Hm responsabil, da sind vergleich sind Sie? Ar CAM multifkonferenz.